So, ich bin sehr, sehr gespannt, ob man mich gut hört und auch, ob man mich gut sehen kann. Ja, wir schauen uns heute mal ein etwas anderes Video an. Kein Imagefilm, sondern, ich habe es eben gerade gesehen, das ist vor- und hochgeladen worden. Und zwar, freiwillige Feuerwehr Röttensbach. Röttensbach? Wenn ich da anfangs lese, schältet mein Kopf einfach raus. Er sucht ehrenamtliche Verstärkung. Ein bayerischer Rundfunk. Da bin ich mal sehr gespannt. Die stellen anscheinend einfach einmal vor, wie die jetzt versuchen, neue Ehrenamtliche zu rekrutieren. Und weil ich ja selber bei der Freiwilligen Feuerwehr bin, möchte mir das Ganze mal anschauen. Und das sind nur drei Minuten. Gucken, ob man da irgendwas zu sagen kann. Ich würde jetzt gar nicht so lange rumschnacken und direkt rein starten. Sie sind zur Stelle, wenn andere Hilfe brauchen. Ein bisschen laut vielleicht. Wie immer. Die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Röttensbach lassen alles stehen und liegen, wenn der Piepser geht. Nun brauchen... Piepser finde ich immer ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie nennt ihr euren Melder? Ich nenne ihn Melder. Die Profis nennen ihn Funkmeldeanlage. Und ich glaube... Alle anderen nennen die Piepser. Die Sache immer Melder. Ich finde Piepser hört sich zu bekloppt an. Auch wenn der vielleicht piepst. Aber bei mir gibt er eine Meldung ab und da piepst nicht. Sie suchen Ehrenamtliche, die bei Ihnen mitmachen. Mit selbst entworfenen Plakaten werben sie für die Feuerwehr, die in ihrer Gemeinde extrem wichtig ist. Nicht nur, wenn es brennt. Ja, so Plakate. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal erklärt. Plakate. Meine werdet jetzt nicht. Also beide nicht. Und auch Kalastrophenschutz haben wir die jetzt gerade erstmal nicht. Aber ich bin schon durch den einen oder anderen Ort bei mir in der Nähe gefahren, der natürlich mit solchen Bildern wirbt. Und ich finde das natürlich gut, weil mich das auch irgendwie anspricht, weil ich ja ein Freiwilliger Feuerwehrmann bin. Aber ich weiß nicht, wie viele andere sich dann davon jetzt angesprochen fühlen. Weil der Großteil durch so große Orte dann meistens einfach nur durchfährt und da vielleicht gar nicht ansässig ist. Also ich glaube, die Leute, die da wohnen, sind für diese Schildern weniger empfänglich. Aber vielleicht haben die ja hier irgendwie eine Bilanz. Wir kommen auch, wenn jetzt ein Beispiel, es weiß jemand einen Herzinfarkt hat und der Rettungsdienst ist weiter weg, werden wir gerufen. Es sind so viele kleine Sachen, die viele nicht auf dem Schild... Einfach die Freiwilligen oder haben die bei denen auch eine Persospondeinheit bei uns? Es ist ja so, dass nur die Persospondeinheit dann von der Einsatzstelle mit als Einsatzmittel gerufen werden kann. Ich glaube, die App wird sonst nicht alarmiert. Also sie können natürlich so Amphilfe oder so, wenn wirklich was Großes ist, wird die dann alarmiert zur Unterstützung. Aber ansonsten wird dann bei uns die kleine Persospondeinheit gerufen, um die Hilfsfrist quasi zu überbringen. Sie lassen keine Ausreden mehr gelten. Jeder könne mitmachen und helfen. Auf den Plakaten haben sie zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. In wenigen Stunden wird sich zeigen, ob jemand kommt. Lena Beck ist schon seit 18 Jahren dabei. Sie wünscht sich, dass auch Frauen vermehrt bei der Feuerwehr mitmachen. Wir sind hier wirklich alle gleich... Ja, vielleicht hat er schnell ein Griff, wie der da so raus hakt. Ja, Taktarfen und Tröse, das hatten wir auch häufiger mal. Irsonanz nicht so gut. Also man macht einen ziemlich großen Aufwand dafür, dass da vielleicht drei Leute kommen. Zwei Leute wollen wirklich in die Feuerwehr. Der eine sagt, er guckt sich das einfach nur an. Von den Zweien stellt sich dann raus, die können arbeitsbedingt leider doch nicht. Oder haben halt doch viel mit der Familie zu tun. Also es ist immer schwer, da neue Leute zu bekommen. Oder die vom Grundkonzept Feuerwehr zu überzeugen. Ich bin auch in einer Führungsposition. Als Gruppenführer, da wird man genauso geschätzt wie ein anderer Mann. Es gibt keine Unterschiede und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Letzte Besprechung, bevor es losgeht. 50 Aktive hat die Feuerwehr. Im Moment reicht das, aber der Altersdurchschnitt steigt. Es könnten Kollegen wegziehen oder krank werden. Deswegen wollen sie vorsorgen. Einfach wird das nicht. Ehrenamt, keine Bezahlung. Unklar, wann der Alarm geht. Wer hier mitmacht, tut das nur aus Überzeugung. Ein Satz ist die Wertschätzung der Bevölkerung. Das ist natürlich auch doof. Also man kann natürlich niemandem sagen, dann und dann ist Feuerwehr. Klar, die Übungsdienste sind fest, aber so eine Alarmierung kommt dann halt auch um drei Uhr nachts. Das ist dann halt doof, wenn ich morgens um fünf los muss. Aber man macht es ja nicht, um irgendwie toll dazustehen, sondern um anderen Menschen zu helfen. Und das sollte ja immer im Vordergrund stehen. Wenn man das schon nicht als Ziel hat, dann finde ich, kann man es auch lassen. Ja, und ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob die die Hürden jetzt besprechen, aber ich finde, es gibt klar berufliche Sachen und familiäre Sachen. Das ist schwer zu vereinbaren, aber eigentlich gibt es keine Sachen, über die man nicht reden kann. Also so eine freiwillige Feuerwehr hat ja auch ein bisschen Flexibilität und kann da vielleicht doch noch irgendwelche Kompromisse reingehen. Also ich glaube, wenn man das Interesse zeigt, bei der Feuerwehr anzufangen, kann man auf jeden Fall einfach mit dem Wertführer oder mit den Angehörigen da reden und sagen, so und so sieht es bei mir aus. Einfach offen und ehrlich. Dann und dann könnte ich, wie sieht es aus, was kann man da noch irgendwie für eine Sonderregelung finden, damit ich Einsätze mitfahren kann, aber jetzt nicht bei jedem Übungsdienst dabei sein muss. Also ich glaube, das geht schon. Die Hürden ist beispielsweise der zeitliche Aufwand für dieses Ehrenamt. Banges Warten. Hat ihre Werbeaktion die Menschen angesprochen, wird jemand kommen. Zögerlich, aber doch nach und nach Treffen interessierte einen. Zusagen will erstmal keiner, aber für manche wäre es unter Umständen vorstellbar. Bislang habe ich es nicht gemacht. Ich bin jetzt dann auch vom Kommandant hier am Ort mal darauf angesprochen worden, dass sie jetzt so eine Info im Nachmittag machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wieso nicht? Weil letzten Endes bin ja ich auch froh, wenn es mal bei mir brennt, dass dann jemand kommt. Es ist natürlich jetzt eine zeitliche Frage, wie lange dauert die komplette Ausbildung, wie oft muss man zu... Das ist vielleicht auch ein Anfang, die Grundausbildung, die ja wirklich jeder machen muss. Das ist vielleicht ein bisschen aufwendig. Aber ansonsten, mir wurde gesagt, bei der freiwilligen Feuerwehr ist freiwillig eintreten und freiwillig austreten. Alles andere muss zu machen. Aber ich habe jetzt auch alle meine Lehrgänge, die mir zur Verfügung gestellt worden sind, gemacht. Weil lieber haben als brauchen. War auch schon ein ganz schön großer zeitlicher Aufwand, aber ich habe es natürlich gerne gemacht. Aber für jemanden, der jetzt vielleicht sagt, ich mache die Grundausbildung, vielleicht mal Sprechpunkt und das war es. Oder Maschinist oder so. Für den ist es jetzt natürlich absehbar oder überschaubar, wie viel Zeit man da investiert. Also finde ich, ist jetzt nicht die größte Ausrede. Und das kann einem ja im Nachhinein eigentlich keiner wegnehmen. Also klar, kann es sein, dass irgendein anderes Bundesland hier die Sachen nicht anerkennt. Aber im Großen und Ganzen sind das ja Fähigkeiten, die man da erlernt hat, die man dann ein Leben lang hat. Oder beziehungsweise irgendwie zumindest nachweisen kann, dass man es mal gelernt hat. Übung kommen und man muss es ja zwischen Beruf, Familie und dem Ganzen dann irgendwo in seinen Alltag auch integrieren können. Viele Fragen, auf die es hier Antworten gibt. Eine davon, Feuerwehr ist ein Hobby, keine Pflicht. Wenn Einsatz ist, dann muss man nicht. Also wenn ich mich jetzt gerade nicht wohlfühle oder ich habe gerade meine Kinder da oder irgendwie sowas, dann ist es so. Dann gehe ich nicht auf Einsatz, dann kommen andere. Bevor man hier mitmachen kann, muss die... Grundausbildung absolviert werden, die dauert 40 Stunden. Ich glaube meine waren 60 oder 80. Muss ich nochmal gucken. Ich glaube, ich habe meine Lehrgangsbescheinigung, habe ich leider gerade alle nicht hier. Die habe ich noch bei meinen Eltern. Aber ich kann ja auch nochmal für alle Interessierte, wenn die mal in die Kommentare reinhacken, Hey yo, ich will mal wissen, was für Lagging hast du, wie lange hast du dafür gebraucht? Dann könnt ihr es euch gerne in die Kommentare schreiben und dann würde ich mir auch mal hinsetzen für ein Video und die Sache rauskauen. Aber ich glaube, bei mir war das länger. Muss sie außerhalb des Gefahrenbereichs mit ausrücken sogar, darf man da mal Einsatzluft schnuppern und dann bauen wir das Ganze auf 120 Stunden auf und dann haben sie abgeschlossene Grundausbildung, wo sie dann voll einsatzfähig sind. 20 Röttenbacher sind gekommen, 17 haben Interesse und wollen bei einer Übung mitmachen, auch 3 Franken. 17 Interessenten, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Bilanz für so einen Tag auf der Tür, Abend bei einer Werbung, die nur 50 Leute hat. Bin ich schon mal ziemlich erstaunlich. Die Werbung in eigener Sache hat sich also gelohnt. Ja, voll cool. Auch sehr interessant davon zu sehen, was so andere Feier wären da für Werbeaktionen oder Nachwuchsaufmessernkeits-Events da machen. Ich habe das Wort vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Wie immer, ich bin sehr gespannt darauf, was ihr in die Kommentare schreibt und jeder, der noch nicht in der Freiligung vorwärts, dem rate ich auf jeden Fall, sich das mal einmal anzugucken und zu überlegen, ob das nicht was für ein Werbeaktionen wäre. Ansonsten, die letzten paar Videos kamen auch wieder sehr gut bei euch an. Viele Leute, die die Sachen in die Kommentare geschrieben haben. Auch der eine oder andere, der sich einen Reaktionswunsch geäußert hat, das schaue ich mir auf jeden Fall an. Ich mache jetzt einfach so eine Docs-Liste, wo ich die ganzen Videos reinschmeiße und dann einfach Stück für Stück abarbeite. Das Video jetzt habe ich gerade in meinem Feed gesehen und habe gedacht, bevor ich es mir jetzt einfach so selber angucke, kann ich es auch aufnehmen. Ich konnte jetzt auch das eine oder andere dazu sagen. Gott zur Erde, demnächst so wäre. Tschüss und einen schönen Tag noch.